so leute hallo und herzlich willkommen zu meinem nächsten video es gibt neuigkeiten zu super dragon ball heroes world mission da spiele ich jetzt gerade mal eine woche draußen und da kündigt sich schon bandai an bzw die seite dragball games auf facebook ist eine offizielle seite dürfte auch gerne mal abchecken könnte ich dann mal eben sagen dass jetzt bald ein update kommen wird so früh schon also ein kleines update wird kommen ja was in diesem update drin sein wird ist nur ein kleiner teaser zeige ich euch sofort auf jeden fall ja oder ich sag mal so wir spielen jetzt erstmal ab so gleich da machen wir ton aus ihr habt das original video guckt einfach auf facebook oder twitch twitter schuldigung da könnt ihr das sehen und ja ihr seht hier auch super dragon ball world mission mit seinen unaufhaltsamen 100 unaufhaltbaren zorn entschuldigung wer könnte das wohl sein wir passen auf wir haben ja eine hand nach grüner hintergrund nach klingelt schon bei euch wer sein könnte ich glaube jetzt weiß es jeder diesen card battle game hat er die welt übernommen nice also es kommt auf jeden fall paar neue karten denke ich und es ist brawley bald erhältlich drag ball world mission also das spiel ist jetzt noch nicht mal eine woche draußen und schon kündigt sich ein free update an also es wird ein update kein dlc deswegen wird es kostenlos sein es kündigt sich schon so kurze zeit ein free update an so jetzt seht ihr hier oben ich habe noch eine zweite seite geöffnet zeige ich euch mal wir haben momentan im dragon ball in super dragon ball heroes world mission haben wir momentan die super dragon ball 1 bis 8 drinnen und um 1 und um 2 also ab um 3 haben wir noch nicht das heißt also da fehlt noch einiges was in diesem spiel noch vorkommen könnte worauf ich auch schon richtig gehypt bin hier richtig richtig coole karten natürlich sind jetzt hier nicht ganz so gut aus aber trotz eigentlich bin gehypt noch ein demigra und vieles 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 mehr noch eine gineo force galec unior janember noch ein kamba wo ich richtig drauf gehypt bin der boo sieht auch echt geil aus noch ein black bearers hier diese karte noch übelst geil ist c21 noch ein kamba und vieles 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 mehr kommt noch zu uns diese schellen longs das wird einfach heftig natürlich sind das noch nicht alle setz wir haben natürlich noch hier um 4 um 5 um 6 um 7 promo haben wir ja momentan wir haben noch nicht um haben wir noch nicht da sind auch noch verdammt coole karten drin sondern natürlich sind die manchmal so ausgeschnitten warum auch immer aber hier gibt es dann auch noch viele karten die es noch nicht in diesem spiel gibt worauf ich noch richtig gehypt bin was doch alles kommen könnte ja broly könnte kommen was ist das erstes kommt weiß ich nicht aber auf jeden fall wird da noch einiges zu uns kommen wo ich schon richtig drauf gehypt bin wie gesagt darauf freue ich mich natürlich käme uns hier noch einmal angucken das auch noch ganz wichtig hier sind auch noch schon die neuen karten drin sage ich mal wo habe ich sie denn gesehen da haben wir das ja schon long zum beispiel noch dieser zu passagen vegeto aus super dragon heroes Gero full power topo da diesen vegeta erst hat dort dabei wir machen das mal auf größer Broly karten sind hier noch dabei dieser kuku Klin Und vieles vieles mehr was uns noch nicht fehlt diese beiden habe ich auch gesehen die beiden Zwei box auf jeden fall die neue da oder beziehungsweise diese baby fakes doch califla okay auch genau die hier Die gibt es auch die hat zu diesen karten ballern die können also noch alle kommen Dieser wie geht da natürlich auch noch und vieles 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 mehr dieses von goku Also wie gesagt es kann auch so vieles kommen worauf ich schon richtig gehypt bin wie gesagt dieses video zeigt dass das spiel nicht rausgekommen ist und dass bandai und sagen wird es ist jetzt so vorausgekommen das ist tot rolli wird kommen und es wird noch vieles 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 mehr folgen gut das war's mit dem kurzen update video was ich jetzt neues weiß Ich hoffe es hat euch gefallen haut rein bis zum nächsten mal und ciao Ich hoffe es hat euch gefallen Vielen Dank.